Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Odyssee-Gemeinde, hier wieder eine kurze Wortmeldung zum Wochenbeginn. Ja, das Wochenende liegt hinter uns, die Welt hat sich weiter gedreht, weiter Richtung Irrsinn. Ja, ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, aber das ZDF, die ZDF-Heute-Show, Sie kennen das Format, dieses Format bezeichnet sich selbst als Satire-Format, hat einen Tweet abgesondert, den ich an dieser Stelle einfach mal zitieren möchte. Dank Elon Musk darf jetzt wieder jeder alles sagen auf Twitter. Totale Meinungsfreiheit, Hashtag-Heute-Show. Tja, und darunter eine Bildretusche von einer NS-Großveranstaltung, wo man die recht großen Hakenkreuz-Banner retuschiert hat und statt des Hakenkreuzes dort diesen Twitter-Vogel eingefügt hat, also dieses Logo von Twitter. Tja, und im Vordergrund sieht man dann Elon Musk mit einem Handy in der Hand und darunter wollt ihr den totalen Tweet. Tja, nach Lesart des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist totale Meinungsfreiheit ein Kernmerkmal der NS-Gewaltherrschaft gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie man das anders interpretieren soll. Ich weiß nicht, vielleicht ist dieser eine Tweet auch ein Tweet zu viel gewesen. Die Leute unter Ihnen, die sich da juristisch vielleicht ein bisschen besser auskennen als ich, die könnten vielleicht auf die Idee kommen, diesbezüglich juristische Schritte einzuleiten. Denn ich könnte mir vorstellen, dass ein solcher Tweet vielleicht den, ja, wie sagt man, diesen Straftatbestand der Verharmlung des NS-Regimes beinhalten könnte. Nur so als Anregung. Vielleicht möchte der ein oder andere von Ihnen hier ja aktiv werden und das einmal einer juristischen Prüfung unterziehen. Ja, vielleicht haben Sie es mitgekriegt. Das Handelsblatt berichtet, EU-Prognose, Eurozone rutscht im Winter in die Rezession. Da sind wir also. Deutschland auf dem letzten Platz. Tja, die hohen Energiepreise und die sinkende Kaufkraft der Haushalte führten dazu, dass die Wirtschaftsleistung nun zwei Quartale zurückgehe. Zwei aufeinanderfolgende Quartale negativen Wachstums, negativen Wachstums, ja, sind als Rezession definiert. Tja, da sind wir nun. Alle haben es erwartet und ja, deswegen gehen die Leute ja mittlerweile auf die Straße, eben wegen der hier verheerenden Zustände, die die Bundesregierung herbeigeführt hat, durch viele, viele Fehlentscheidungen, die sie gefällt hat. Nun, derweil meldet sich Saskia Esken zu Wort. Sie kennen Saskia Esken, diese bildhübsche junge Dame aus der SPD. Die wird nämlich vom Spiegel interviewt und gibt dort einige Weisheiten zum Besten. Ich zitiere. Und weiter, wenn wir gut durch die Krisen kommen wollen, dann müssen die Wohlhabenden mehr leisten. Das muss auch die FDP noch erkennen. So, das Land komme mit dem Digitalausbau nicht mal da voran, wo es richtig platt ist. Das ist schon blamabel. Komplett irre eigentlich. Warum sind wir nicht in der Lage, das Nötige in unsere Zukunft zu investieren? Das gibt es doch nicht. Nun, um auf die, ja, ich sag mal, auf die ersten Sätze zu reagieren. Frau Saskia Esken entlarvt sich hier einmal mehr als totale Sozialistin. Sie sieht die Lösung aller Probleme darin, dass alle Menschen doch gleich sein mögen und zwar gleich arm. Ja, also es kann ja gar nicht angehen, dass jemand aufgrund der Tatsache, dass er reiche Eltern hat, dass er dann besser dasteht als andere. Nein, das muss abgeschafft werden. Nein, es darf nicht sein, dass in diesem Lande so etwas wie eine Mittel- oder Oberschicht existiert. Nein, ich glaube, nach Verständnis von Saskia Esken ist ein gutes Land erst dann ein gutes Land, wenn wirklich alle auf einem Niveau, ja, was weiß ich, hungernd und frierend vor sich dahin darben. Nun, um auf die Frage dieser Dame zu antworten, nämlich die Frage, wie es denn sein kann, warum sind wir nicht in der Lage, das Nötige in unsere Zukunft zu investieren, das gibt es doch nicht. Nun, ich möchte hier vielleicht eine Erklärung liefern, denn, beziehungsweise nicht nur ich, sondern auch die BILD liefert hier vielleicht eine Erklärung. Höchstwert seit 2017. Illegale Migration steigt um 63 Prozent. Ja, illegal, legal, völlig egal. Sie kennen das ja. Auch das kostet uns, den Steuerzahler, natürlich Geld. Und dieses Geld, was dann eben in dieses Projekt fließt, das fehlt dann leider, leider Gottes an anderer Stelle. Ja, damit müssen wir leben, damit müssen wir zurechtkommen. So ist das halt, wenn man sich eine rot-grün-gelbe Regierung leistet. Ja, Thema der Stunde, nach wie vor die Wahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika, die selbstverständlich die sichersten und demokratischsten Wahlen seit Menschengedenken gewesen sind. Es ist dort zu, an der einen oder anderen Stelle gab es vielleicht hier und dort ein kleines Problem, aber solche Probleme kommen vor. Ich möchte das nochmal betonen, das liegt in der Natur der Sache. Wir Menschen sind alle fehlbar und da, wo Menschen handeln, da entstehen selbstverständlich Fehler. Man sollte jedoch nicht, ich betone nicht, den Verdacht äußern, dass hier irgendwie willentlich oder wissentlich manipuliert worden ist. Das ist absolut unmöglich. Also nur um das nochmal den YouTube-Community-Richtlinien entsprechend zu bekräftigen. Nun, sie haben es mitgekriegt, der Senat scheint wohl tatsächlich in demokratischer Hand zu bleiben. Also die Demokraten haben wieder 50 Sitze dort inne. Und zwar sind Arizona und Nevada an die Demokraten gefallen, nachdem es eine ganze Weile so ausgesehen hat, dass wohl Nevada wohl an die Republikaner fallen könnte. Jedenfalls führte der republikanische Kandidat dort eine ganze Weile lang doch erheblich. Nun, das hat sich nun umgedreht. Und wie gesagt, Nevada ist jetzt auch an die Demokraten gefallen. Offen bleibt nach wie vor das Rennen in Georgia. Das wird dann am 6. Dezember in einer Stichwahl entschieden. Tja, also da ist die rote Welle wohl ausgeblieben. Trump regt sich darüber selbstverständlich auf, wittert Wahlfälschung. Und ich möchte betonen, also den Aluhut, den muss er sich nicht aufziehen. Ja, ganz den YouTube-Richtlinien entsprechend möchte ich das hier nochmal deutlich zum Ausdruck bringen. Aber, sie haben es ja mitgekriegt. Donald Trump hat ja bereits letzte Woche angekündigt, am 15. November, also das heißt, morgen eine große Ankündigung zu machen. Tja, und wie oder was er ankündigen wollte, das wissen wir noch nicht. Das werden wir, wie gesagt, morgen erfahren. Und sie wissen ja noch, das Rennen um das Repräsentantenhaus ist ja nach wie vor offen. Die Republikaner führen dort mittlerweile mit 212 Stimmen bzw. Sitzen und werden gefolgt von den Demokraten mit 204 Stimmen. Also es fehlen den Republikanern noch 6 Sitze. Wenn sie diese 6 Sitze innehaben, dann sind sie Führer im Repräsentantenhaus. Und jetzt gibt es den ein oder anderen, der bereits heute munkelt, dass Donald Trump vielleicht morgen nicht seine Kandidatur zur Präsidentschaftswahl 2024 bekannt geben wird, sondern dass er sich dann morgen vielleicht um den Posten des Sprechers des Repräsentantenhauses bewerben wird. Also das heißt, dass er dann die Rolle einer Nancy Pelosi übernehmen würde. Ja, und was das für Folgen hätte, ja, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Er wäre damit in Anführungsstrichen der drittmächtigste Mann in dieser Hierarchie nach Joe Biden, dem amtierenden Präsidenten, und Kamala Harris, der amtierenden Vizepräsidentin, ja, warten wir ab. Morgen wissen wir genaueres und das werden wir dann auch entsprechend kommentieren. Ja, Sie haben es mitgekriegt, bzw. ich habe es erst am Wochenende mitgekriegt. Sie kennen ihn ja alle, Friedrich Merz, der Retter der Union, so wird er von vielen tatsächlich immer noch gesehen. Und ich bin leider erst am Wochenende auf einen Tweet aufmerksam geworden, den Friedrich Merz, wie gesagt, der Retter der CDU, CSU, von sich gegeben hat. Ich zitiere. In dem Augenblick, wo wir Kritik an der Hashtag Ampel üben, werden wir in die Nähe der AfD gerückt und mit Donald Trump verglichen. Das ist eine Vergiftung des politischen Klimas. Ich werde aus diesem Grund noch in dieser Woche das Gespräch mit SPD-Chef Lars Klingbeil suchen. Mehr Lauch geht nicht, meine Damen und Herren. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie es die verbliebenen CDU-Mitglieder mit diesem Herren an der Spitze aushalten, der wirklich keine Gelegenheit auslässt, sich als, wie schon gesagt, rückratloses, mir fehlen die Worte, sich als Lauch zu präsentieren. Und das färbt natürlich selbstverständlich auch auf alle Mitglieder ab. Und da spielt es meiner Meinung nach keine Rolle, ob man jetzt Mitglied in der Werteunion ist oder vielleicht ganz andere inhaltliche Schwerpunkte als Mitglied setzt, denn als dieser Parteivorsitzende, ich weiß es nicht. Und meine Vermutung ist ja nach wie vor die, dass Friedrich Merz sich wohl über kurz oder lang nicht an diesem Posten wird halten können. Und ich hoffe für die CDU und für uns alle eigentlich, dass es doch möglichst bald in der CDU doch zu einer, wie man so schön sagt, Palastrevolte kommen möge, um diesem traurigen Schauspiel, das eigentlich nur zum Fremdschämen animiert, ein Ende zu setzen. Ja, warten wir es ab. Also, wie gesagt, er hat am 8. November diesen Tweet bereits abgesetzt und ich weiß nicht, ob es schon zu Gesprächen gekommen ist. Mich würde mal interessieren, worüber genau sich diese beiden Herren unterhalten haben. Ja, und das als Oppositionspolitiker, meine Damen und Herren, wollen wir es an dieser Stelle dabei belassen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In dieser Woche erscheint übrigens die neueste Ausgabe unseres Magazins eigentümlich frei und ich werde dann darauf aufmerksam machen, sobald das Heft erhältlich ist. Ansonsten bestellen Sie vielleicht die noch aktuelle Ausgabe unseres Heftes, Mittelstand in Not, mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr interessanten Beiträgen, unter anderem von Markus Kreil, Hans-Hermann Hoppe oder Oliver Gorus. Wie gesagt, bestellen Sie dieses Heft auf unserer Seite ef-magazin.de, bestellen Sie vielleicht auch direkt ein Schnupperabonnement oder auch ein Jahresabonnement. Damit würden Sie uns jedenfalls sehr, sehr, sehr unterstützen. Ja, und wenn Sie mich unterstützen wollen, der größte Schlagerstar aller Zeiten und dieses Universums werden zu wollen, dann wie immer an dieser Stelle der freundliche Hinweis. Klicken Sie auf dieses Video hier. Ich lieb CO2 und auf dieses Video hier. Steuern sind Raub und teilen Sie diese Videos mit aller Welt. Dafür danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich vorab. Bis morgen, alles Gute und Tschüss.